So und herzlich willkommen hier mal wieder zu einer neuen Runde Skywars. Schon ein bisschen länger her. Länger. Acht Monate, dass ich Skywars bringe. Erst mal das Haus abwackeln. Und uns selbst natürlich auch. Ich merke gerade, dass ich das falsche Textion Pack habe. Aber das ist jetzt. Egal. Verdammt. Äh, sind sie. Ich muss das Text-Speak wieder abändern. Äh, tak, tak, tak. Im Ernst auf keine Diamanten. Uiuiuiui. Oh Gott. Ich hab schon viel zu lange keinen Minecraft mal gespielt. Bzw. kein PvP mehr. Ähm. Mache ich jetzt drei gemacht? Aber egal. Den nehmen wir auch noch mit. Standard-Sortierung wieder. Äh. So. Kriegen wahrscheinlich eh schon wieder jetzt Besuch. Ähm. Ja. Ich wusste es. Da oben. Ähm. Nach diesem Wochenende geht's los mit einem neuen Projekt. Ähm. Da sag ich zwar in der ersten Folge, dass jetzt, äh, das Abwechsel mit The Forest kommt. Aber das stimmt nicht so ganz. Und zwar wird das Montag bis Freitag immer Abwechsel mit The Forest kommen. Und zwar Montag, Mittwoch, Freitag immer The Forest und Dienstag Donnerstag halt das andere Projekt. Ähm. Ja. Und Wochenends werde ich jetzt Skywars bringen. Irgendwie keine Lust da hoch. Komm doch hier hin. Komm runter. Zack. Stirb. 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 Cool. Der ist gestorben. Jampus. Ja gut. Karotten. Das ist schönes Essen. Äh. Blöcke. Diamanthelm. Das Rüstung braucht man nicht. So. Leder Rüstung auch nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Noch ein Diamanthelm. Hä moin. Jampus ist schon ganz cool. Was ist denn eigentlich auf der? Oh. So. Knockback. Äh. Ja. Keine Ahnung. Was brauche ich noch? Nicht. Die wollen die mehr. Kann weg. Das, das, das. Kann eigentlich alles weg. Weil ich ja das verbrennen kann. So. Ähm. So. Welche Richtung gehen wir dann mal? So. Gehen wir einmal mit dahin, wo der herkam. So. Das Minirockler immer, wenn ich hier baue. Die sind genial. Wow. Und gehen wir mal weiter weiter. So. Huch. Kann ich nicht weiter bauen. So. Hier sind wir auf dem Baum. Im Leben haben wir noch vier Spieler. Ja toll. Und ein Kill. Ich bin sehr traurig. Habe ich einen Kompass? Nö. Natürlich nicht. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Das. Komm her. Danke für die Mitteilung, wo. Trotel. Und tschüss. Und tschüss. So. Und tschüss. so ja ja fast gestorben erstmal alle heiltränke aufbrauchen ja moin nämlich ist einer drei spieler mitte ist einer ich sein item nicht bekommen egal gehen wir mal weiter was gibt es denn hier so nachgucken die frage auf welche base baut er sich dann hin ich hatte jetzt wahrscheinlich gerade gesehen oder auch nicht schlüpfen wir mal beides gott hätte auch noch ein gold apfel gefüttert ja das verlieren wir das verlieren wir ja das verlieren wir ja schade 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 schokolade aber der war gut so nächste rund auf windmiller windmiller Windmill, oh Gott. Wieso nehme ich eigentlich Rüstungen mit, die ich nicht brauche? Ich bin ein Trudel. Ein Trudel, ein Trudel. Da war noch Holz drinnen. Äh, das gefällt mir sehr gut, was ich hier bekommen habe. Äh. Schwertcraft wird mal anders. Glaube ich zumindest. Äh, ja, hier, komm. Ah, ne, ja, wir können ganz mehr an. Ich habe keinen Bock, gerade uns zu craften. Naja, ich weiß, dass du in der Mule bist. So, jetzt. Zack. Äh, vier Diamanten. Äh, Diamantschuhe haben wir schon. Weg, 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 weg. Wow, ein Stick mit Knockback. Sehr interessant. Das kann auch alles weg. Hm, falten wir einfach mal. Wieso habe ich einen Ohrwurm, ey? Ich habe so einen richtig blöden Ohrwurm von dem Believer. Ich sehe jetzt nicht Justin Bieber. Oder war das Justin Bieber? Ach, keine Ahnung. Ne, ich glaube nicht, dass es Justin Bieber war. Irgend so ein Icon. Ich war da. Oh. 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 Also, äh, das war jetzt mal natürlich nett, dass er plötzlich so ein Zaubertisch steht hier, ähm. Naja, komm, lassen wir halt mal. Äh, ja, den würde ich am liebsten jetzt mitnehmen, aber... Naja, den muss ich jetzt gar nicht rüberbauen zu mir, sondern der kann aber nur überlaufen. Überlaufen. Ins Nesel. Überlaufen. Ja, ja. Zack, zack, zack. Da ist jemand. Nope. Ist keiner. Wo sind wir drinne? Oh ja, ist ein... Oh ja, ist ein... Oh ja, ist ein... Noch weiter Kompass. Äh, hier unten ist auch nichts mehr bestimmt. Upp. Fällt gerade auf. Ich hab auf meiner Maus nur DPI. Äh, nicht Dingens. Nicht... Ja, eins und zwei. Loll. Oh mein Gott. Dummheit tut weh. Dritte und letzte Runde. Äh, so, äh, Schwert. Lücke. TNT. Wasser. Kompass. Da. Da kann ich jetzt groß alles looten. Ähm. Ja. Puh. Keine Ahnung. Hier... Ist auch nichts gutes drinne. Verdammt. Wie ist das jetzt ne crappy Runde? Äh. Ah ja, wenigstens ein bisschen... Einmal ne komplette Eisenrüstung. Cool. Na gut, das ist ne crappy Runde. Ne crappy, crappy, crappy Runde. Nehmen wir auch erstmal... Ich spür... Lalalalalala. Reden muss gelernt sein. Nehmen wir auch erstmal die ersten drei Runden, die ich jetzt auch spiele. Einfach weil... Äh... Realness und so. Och nö, hier pause ich doch schnell rüber. Du hast dich doch hier schon rüber gebaut. Naja. Dann gibts doch noch ne vierte Runde. So. Äh... Vierte und jetzt aber wirklich letzte Runde. Weil äh... Ja. Das ist jetzt ne Teamrunde. Die wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Einfach mit so nem Randy... Randy Orton. Äh... Das kann der haben. Äh... Das nehm ich gerne. Wenn die Allies hast du da. Tendul? Was nicht, hat die Eisíveis laufen, um die abzubauen? Ähm... Jude... Jude... Das freut mich, das freut mich! Oh Gott! So eine teambasierte Runde Der Ding ist, ich will nicht alleine hier jetzt gegen irgendwen Der macht sich wohl wahrscheinlich nur selbst ein Schwert Glaube ich zumindest Das hoffe ich Okay, bisschen obviös So Wie machen die Ja wow Warte, du wirst nur wie der Sound ist Ach nö Basteln irgendwas Machen wir auch mal ne Angel So wie unser Dude dat macht Nicht immer wissen wie ne Angel geht Haha Ich hab den Suprem gekillt Ach nö Jetzt lässt er mich alleine mit dem Na 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 do Na 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 Verfolgungsjagd Das macht so viel Spaß La 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 Ja, ich krieg den ja noch Das ist ja das Schöne Wenn ich ihnen laufe D-d-d-d-d D-d-d-d-d Hätte jetzt einen Turm machen müssen Und mich ins Cockpup schließen müssen Das ist my mate, gibt my mate noch, ja, oh damn it, oh damn, oh damn, oh damn, what the fuck, schade, und my mate ist tot, fuck, ich hab mich allein gestellt, oh nö, oh die, 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 oh nö, hier sind zwei, hier ist wahrscheinlich auch nix, oh doch, hier ist noch nix drin, ein Heel Trank, ein Heel Trank, schade, alle hab ich gut runter bekommen, dann war's das für diese Folge, äh, ja, war's das für heute, Buß, ob du was der lebe schief bin, grrr, ist ja für dir, verdammt, egal, äh, ja, bedanke mich fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal, tschüss.